Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Zuerst habe ich mir das Rauchen abgewöhnt. Dann das Frühstück sei. Dann das Denken, oder war es andersherum? Mensch Müller, aus Ihnen hätte alles werden können. Ja, ich bin mit meinem Schicksal auch sehr zufrieden. Die Frau weg, die Kinder weg, die Praxis pleite. Besser hätte es nicht laufen können. Ja, ich bin mit meinem Schicksal. Ja, ich bin mit meinem Schicksal. Ja. Ja.